Was ist die Nathalie Rochluss? Ja, hallo, ich bin die Nathalie Rochluss. Ich komme aus Übersee vom Chiemsee. Ich bin hier mit drei Pferden in Schering am Turnier. Und ja, das Turnier ist sehr schön. Gestern mit Springpferde A bin ich geritten mit einem Jungen, mit einem Fünfjährigen. Das lief ganz gut. Und ja, schauen wir mal weiter, wie es demnächst noch läuft.